Jo Leute und willkommen bei meinem 24. Wochenvlog. Dieses Mal geht es um Köln. Wie ihr vielleicht schon seht, wenn ihr mich auf Instagram abonniert habt. Ich heiße der Vlogger YouTube, ist auch in der Beschreibung. Kleine Werbung für zwischendurch. Auf jeden Fall, ich war ja in Köln, das seht ihr dann jetzt auch. Dann war ich einmal bei meinen Großeltern, da gibt es lecker Essen. Dann gibt es nochmal Eis. Das ist ein richtiges Verfressen des Vlog-Dingens. Uns wurde ganz schön wenig geredet. Das heißt, ich werde jetzt inzwischen nochmal ein bisschen reden, wie es steht. Ich habe mir eben neue Achsen bestellt. Das sind Kahalani V2. Ja, ich freue mich schon, wenn die da sind. Dann habe ich mir dazu noch Kaila, also Kaila, wie auch immer, geholt. In 6 Grad, weil vielleicht ist mir der somit ein bisschen zu agil. Ich benutze da meine, wie ich auch schon auf Instagram ein Bild gepostet habe, meine Blood Orange 89A Bordzeit und die ganz normalen Bear Bushings Roadzeit. Ja, jetzt habe ich schon so lange geredet. Jetzt fangen wir auf jeden Fall erstmal mit. Ich bin gerade hier im Champions, das ist auf jeden Fall richtig laut. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Ja, ich bin hier gerade voll schlecht. Also, ich habe hier hingegangen. Und, ja, ich zeige euch dann mal hier aufs Bett. Und es ist auf jeden Fall ganz nett. So, wir haben es jetzt schon früh morgens. Ich glaube, das kann man so sagen, oder? Halb zwei. Ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich das jetzt schon, oder jetzt erst aufnehme, beziehungsweise jetzt gerade. Ich möchte das Video einfach früh hochladen und dann habe ich die Szene schon und dann habe ich zwei Minuten gespart. Und, ja, auf jeden Fall, das war es jetzt von Köln. Wir sehen uns jetzt bei meinen Großeltern wieder, wo es lecker Essen gab. Und da gibt es noch einen coolen Blick und ein Eis. Und, ja, das war es. Dann sehen wir uns morgen früh in der Endkarte. So, ja, wir haben in meiner Meinung nach schon fast endlich den nächsten Morgen. Ich bin um halb drei eingeschlafen, weil, äh, ich kann auch nicht einfallen. Es war so heiß. Naja, ich zeige euch das jetzt gleich auf jeden Fall. Weil wir so langweilig sind, ich glaube, ich habe etwas aufgenommen. Voll bekloppt. Ich habe jetzt auch keine Lust, das rauszuschneiden. Deswegen müsst ihr das leider sehen. Und, ähm, was war denn noch? Genau, ich bin richtig negativ überrascht von der Qualität vom S4. Also, von der Video- und Bilderqualität im Dunkeln. Also, ich habe echt ganz viel viel besser. Der Schwenker sah ja noch ganz gut aus. Aber, naja, auf jeden Fall. Ich habe ja zum Glück meine Kamera mit. Der werde ich jetzt auch dann demnächst mit irgendwas das wieder aufnehmen. Und ich zeige euch dann jetzt mal dieses bekloppte Etwas da. Oh, so heiß, ne? Weg mit der Decke. Immer noch nicht besser. So, das war es jetzt vom Wochenvlog wirklich. Weil ich wollte ja eigentlich keinen Wochenvlog mehr machen. Also, nicht in den Ferien. Aber das ging nicht, weil es ist zu wenig für einen Vlog über eine Sache passiert. Beziehungsweise für einen Vlog. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim Slide-Tutorial wieder. Da geht es jedes Mal um Foodbreak, um die Stands und um mehr, ja. Seht ihr ja dann, wenn ihr da reinguckt. Ja, also, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich immer selber dann nach oben. Oder wenn es dann nicht, dann ein Abo freuen. Und, ja, dann ciao und schönes Wochenende.